Leute, jeder von uns hat doch schon mal gedacht, ich krieg doch eh keine Rente mehr. Das sieht man auch unter allen Posts und Videos, die wir zu diesem Thema machen. Aber es könnte noch schlimmer kommen, als wir alle dachten. Wir könnten jetzt richtig draufzahlen, damit's die Boomer nicht müssen. Das, was die Ampel gerade vorgelegt hat, das wird uns alle krass betreffen. Aber was ist passiert? FDP-Finanzminister Christian Lindner und SPD-Arbeitsminister Hubertus Heil haben letztens ihr Rentenpaket 2 vorgestellt. Das Problem dabei ist, wir jungen Arbeitsbienchen laufen gerade Gefahr, komplett abgehängt zu werden. Aber der Reihe nach. Mit der Rentenreform sollen auf der einen Seite die Renten stabilisiert und zusätzlich eine Art Aktienrente eingeführt werden. Besonders die SPD feiert sich hart für dieses Paket. Mit dem Rentenpaket 2 sorgen wir jetzt dafür, dass die Rente stabil bleibt. Denn auch wenn du heute noch in der Ausbildung bist oder im Arbeitsleben, eines Tages gehst du in Rente und willst sicher sein, dass du davon gut leben kannst. Aber ich sag mal so, die SPD ist da die Einzige, die feiert. Von allen Seiten gab's Kritik, dieser Entwurf ist übelst unfair. Die Zeit schreibt zum Beispiel knallhart, das ist nichts anderes als ein gigantisches Umverteilungsprogramm von Jung nach Alt. Selbst die Jugendverbände von Grünen und FDP sagen, das neue Rentenpaket der Regierung ist ein Geschenk an die Älteren. Ich finde, unterm Strich ist es eine Bärbelastung und deshalb kein gutes Paket. Das muss doch einen Aufschrei geben. Wie kann so etwas von der FDP mitgetragen werden? Gerade die hat doch eigentlich bei jeder Rentenreform der letzten Jahre immer laut geschrien, dass es für die jungen Generationen unfair sei. Im Paket der Bundesregierung ist auch der Einstieg in eine Art Aktienrente mit drin, den die FDP seit Jahren will. Wirft sie jetzt deswegen ihre Prinzipien über Bord? Oder aber ist die Aktienrente vielleicht sogar die große Rettung, der Masterplan für die Rente? Wird Christian Lindner jetzt zum Wolf of Wall Street und zieht den Karren damit aus dem Dreck? Wir wissen, dieses Thema ist wahnsinnig undurchsichtig und deshalb dröseln wir euch in diesem Video die Rentenshitshow verständlich auf. Zusammen mit unseren YouTube-Kollegen von Finanzfluss erzählen wir euch, was die Aktienrente bringen wird und wir haben bei allen Ampelparteien bzw. den verantwortlichen Ministerien gefragt, ob sie einfach mal ebenso die jungen Menschen vergessen haben. Los geht's! Wir wissen, keiner beschäftigt sich gerne mit dem Alter und vor allem nicht mit so trockenen und bürokratischen Themen wie der Rente. Aber Leute, jetzt wird's Zeit. Der Rentenkarren fährt für alle jungen Menschen gerade mit 180 Sachen Richtung Wand und es scheint so, als würde sich niemand dafür interessieren. Aber worum geht's genau? Lasst uns da mal einen ganz flotten Sprint durchs deutsche Rentensystem machen und versprochen, wir machen's so kurz, wie es geht, okay? Das deutsche Rentensystem basiert seit den 60ern auf einem Generationenvertrag. Es gibt ein sogenanntes Umlageverfahren. Das bedeutet, wenn ihr jetzt arbeitet, zahlt ihr nicht die eigene Rente, die ihr irgendwann mal bekommt, sondern ihr finanziert den aktuellen Rentnerinnen und Rentnern an ihre Rente. Die nächsten Generationen zahlen dann im Umkehrschluss mal eure Rente und eigentlich ist das ja eine süße Vorstellung. Alle gehen Hand in Hand und schauen, dass es der älteren Generation, die ja schon was geleistet hat, an nichts fehlt. Das Prinzip funktioniert in der Theorie dann am besten, wenn gleich viele Menschen in Rente gehen bzw. anfangen zu arbeiten und alle Menschen gleich viel verdienen und gleich lang arbeiten würden. Damit wäre das System keinen großen Schwankungen ausgesetzt. Das ist aber so gut wie nie der Fall. Verschiedene Generationen sind eben unterschiedlich groß. Wir arbeiten alle nicht gleich lang und verdienen auch nicht gleich viel. Und wir leben immer länger, was erstmal gut ist. Aber wer länger lebt, bekommt auch länger Rente und dann wird immer mehr Geld verbraucht und gleichzeitig kommen lange nicht so viele junge Menschen nach, wie es alte Menschen gibt. Deshalb kann so ein System auf Dauer nicht einfach weiterlaufen, sondern muss angepasst werden. Und ihr fragt euch jetzt bestimmt, was kann man denn ändern, damit die Rente stabil bleibt? Und das sage ich euch jetzt. Option 1, man könnte das Renteneintrittsalter erhöhen, also das Alter, mit dem man einen vollen Anspruch auf Rente hat. Die sogenannte Rentenaltersgrenze wurde im Verlauf der letzten Jahre tatsächlich auch nach und nach etwas angehoben. Aktuell gilt für alle jungen Menschen oder eben für alle, die nach 1963 geboren sind, dass ein abschlagsfreier Eintritt in die Rente erst ab 67 Jahren möglich ist. Mit einer Ausnahme, wer vor dem 67. Lebensjahr bereits 45 Jahre gearbeitet und eingezahlt hat, kann auch mit 63 in Rente gehen. Schauen wir mal weiter, was wir noch machen können. Option 2 wäre, das Rentenniveau zu senken. Das Rentenniveau ist das Verhältnis zwischen dem durchschnittlichen Einkommen, das wir in unserer Arbeitszeit bekommen haben, und der dann später ausgezahlten Rente. Das wurde in den letzten Jahrzehnten immer weniger. Momentan liegen wir bei 48,2% des Durchschnittslohns. Auch da könnte man theoretisch noch kürzen. Bis 2025 ist aktuell aber gesetzlich geregelt, dass das Niveau nicht unter 48% sinken darf. Und dann hat man noch die dritte Option. Wir könnten alle mehr Geld in die Rente buttern, dann blecht jeder mehr, der arbeitet und in die Rentenkasse einzahlt. Den Betrag teilt ihr euch mit eurem Arbeitgeber. Beide zahlen genau die Hälfte. Wie hoch der Betrag ist, das legt der Rentenbeitragssatz fest. Aktuell liegt er bei 18,6% vom Bruttolohn. In der Vergangenheit lag er teilweise auch schon mal etwas höher. Und dann gibt es noch die vierte und erstmal letzte Option, den Bundeszuschuss erhöhen. Natürlich wäre es theoretisch auch möglich, die entstehende Lücke mit Steuereinnahmen zu finanzieren. Aber die Bundesregierung zahlt bereits. Und das nicht zu knapp. Jetzt schon gehen über 110 Milliarden Euro jährlich dafür drauf. Das sind gut 30% der gesetzlichen Rentenzahlungen. Und es würde immer mehr werden. Da sagt das Bundesfinanzministerium, ne, nicht mit uns. Im Bundeshaushalt für 2024 ist sogar eine Kürzung um 600 Millionen Euro vorgesehen. Bundesfinanzminister Christian Lindner will diesen Zuschuss sogar dauerhaft einfrieren, also nicht weiter erhöhen. So, das sind also die vier großen Bereiche, in denen man beim jetzigen Umlagesystem was machen kann. Jetzt haben Lindner und Heil aber ja gerade gedroppt, wie sie sich die Zukunft der Rente vorstellen. Was beinhaltet denn ihr Entwurf für das Rentenpaket 2? Mit dem Rentenpaket stellen wir klar, gleichzeitig es wird keine Rentenkürzung geben und auch keine weitere Erhöhung des gesetzlichen Renteneintrittsalters. Das bedeutet, Optionen 1 und 2 fallen für die Ampel aktuell komplett weg. Am Renteneintrittsalter soll nicht gedreht werden und auch am Rentenniveau soll sich nichts ändern. Zumindest erstmal. Bis 2039 soll das Niveau nicht unter 48% fallen dürfen. Aber irgendwie muss das Geld für die Rente ja reinkommen und da gibt es ja noch die von der FDP so heiß ersehnte und lang geforderte Aktienrente. Die heißt jetzt Generationenkapital und die soll ja jetzt auch kommen. Bringt die eventuell so viel Geld ins Rentensystem, dass nicht alles von Beitragszahlenden aufgefangen werden muss? Heißt das Zauberwort jetzt etwa Generationenkapital? Damit legt der Staat tatsächlich Kohle in Aktien an, um so Geld für die Rente rauszuholen. Aber ist das wirklich ein Gamechanger? Weil ich jetzt nicht so der Trader-Bro bin, haben wir uns für diesen Teil die Jungs vom YouTube-Kanal Finanzfluss dazu geholt. Chefredakteur Markus hat uns netterweise erklärt, worum es beim Generationenkapital genau geht und wie das funktionieren soll. Die Aktienrente funktioniert im Prinzip wie so ein Sparplan, den man auch als Privatperson machen kann, nur natürlich ein bisschen größer. Also der Bund wird im ersten Jahr 12 Milliarden investieren, breit gestreut weltweit über verschiedene Länder und verschiedene Branchen. Und dieser Betrag wird dann jedes Jahr um 3% erhöht. Das investierte Geld stammt aber nicht aus Steuermitteln oder aus Rentenbeiträgen, sondern der Bund macht dafür Schulden. Dafür muss er natürlich Zinsen zahlen, die je nach Laufzeit zwischen 2 und 3% liegen. Aber durch das Investment erwartet man pro Jahr eine Rendite von 5 bis 7%. Die Differenz daraus ist dann der Gewinn und der soll dann in die Rente fließen. Aber Moment mal, Aktienkurse steigen ja nicht immer nur noch oben, manchmal fallen sie auch. Ist das nicht mega riskant? Wenn man zu einem bestimmten Zeitpunkt auf den Betrag zugreifen will, dann kann es passieren, dass man gerade ein schlechtes Timing erwischt und dann die Kurse gerade im Keller sind. Und dann macht man halt entweder einen Verlust oder man ist flexibel genug und hat noch Zeit, diese Verluste auszusitzen. Für den Staat gilt also genau das Gleiche wie für Privatpersonen. Je längerfristig man investiert, desto geringer ist das Risiko. Der Vorteil bei der Aktienrente ist, dass eben der Bund genau in der Situation ist, wenn es mal Verluste gibt, dann kann er die einfach aussitzen. Und wir gehen davon aus, wenn man weltweit breit gestreut investiert, gehen die Kurse langfristig immer irgendwann wieder hoch. Das sagt auch das Bundesfinanzministerium. Mit der Aktienrente erwarte man solide Renditen und minimierte Risiken. Das würden sowohl empirische Studien als auch historische Betrachtung zeigen. Dieser Gewinn soll dann in die Rentenversicherung fließen. Man will bis 2036 erstmal in Ruhe einen Kapitalstock aufbauen und dann ab 2036 jedes Jahr 10 Milliarden Euro entnehmen. Und diese 10 Milliarden Euro sollen dann eben dabei helfen, dass Beitragserhöhungen abgefedert werden. Jetzt sind 10 Milliarden Euro ja sau viel Geld. Aber man muss sich mal reinziehen, über welche Dimensionen wir bei der Rente reden. Ich habe euch ja eben schon erzählt, der Staat zahlt schon jetzt über 110 Milliarden Euro pro Jahr aus dem Haushalt drauf. Und es wird immer und immer mehr. Das ist krass viel Geld, dass erstmal alle Steuerzahler extra blechen müssen und das dann auch noch irgendwo anders fehlt. Zum Beispiel, wenn wir Schulen sanieren, die Bahn modernisieren oder andere Investitionen in unsere Zukunft tätigen wollen. Und da sind wir schon beim größten Kritikpunkt an der Aktienrente. Die Aktienrente ist viel zu klein. Jedes Jahr fehlen ja heute schon mehr als 100 Milliarden Euro in der Rentenversicherung. Und diese Lücke muss der Staat jedes Jahr aus Steuermitteln aufbringen. Das heißt, wenn man jetzt sagen würde, zumindest diese Lücke wollen wir mal schließen, dann bräuchte man etwas in der Größenordnung von ungefähr 2000 Milliarden Euro Aktienrente. Und im Moment plant der Bund mit 200 Milliarden Euro Aktienrente. Also ein Faktor 10 zu klein. Aktuell wird mit dem Generationenkapital also nur ein bisschen von dem eingespart, was der Staat perspektivisch eh draufzahlen muss. Das ist sicherlich nett, haben oder nicht haben. Aber ein massiver Gamechanger ist das Ganze absolut nicht. Was aber am Ende nichts anderes bedeutet als, die Rentenbeiträge müssen trotzdem steigen. Und das ziemlich heftig. Die jetzigen Prognosen sind konservativ seriös gerechnet und führen dazu, dass wir in den nächsten Jahren noch einen stabilen Beitrag haben werden, über 18,6 Prozent. Er wird recht moderat ansteigen in der zweiten Hälfte, schon dieses Jahrzehnts. Und dann haben wir vor allen Dingen eine große Herausforderung in den 30er Jahren. Ja, konkret heißt die Herausforderung, der Rentenbeitrag wird so hoch werden, wie er in Deutschland noch nie war. Erst soll der Beitragssatz ab 2028 auf 20 Prozent steigen und dann ab 2035 auf 22,3 Prozent. Übersetzt bedeutet diese Lösung, alle, die jetzt arbeiten, zahlen drauf. Und gleichzeitig bleibt das Beitragsniveau nur bis 2039 garantiert. Da werde ich noch nicht in Rente sein und ihr ja wahrscheinlich auch noch nicht. Und wenn doch, dann geht vielleicht mal irgendwie rüber zu Lanz oder so, weil dann seid ihr hier nicht mehr Zielgruppe. Und lasst mich das mal kurz übersetzen. Man hätte theoretisch an allen drei Punkten etwas machen können. Man hätte das Renteneintrittsalter leicht erhöhen können, das Rentenniveau etwas senken und die Beiträge dafür nicht zu krass hochschrauben können. Also die Lasten auf alle Schultern verteilen, ob jung oder alt. Das ist aber nicht passiert. Zahlen werden erstmal überproportional die jungen Menschen. Und die haben dann nicht einmal eine Garantie, dass sie auch nur ansatzweise so viel aus der Rente rausbekommen, wenn sie selbst am Zug sind. Klingt für mich, aber auch für viele andere ziemlich uncool. Ist das nicht ein kompletter Mittelfinger an die jüngeren Generationen? Wir wollen jetzt hier keinen Streit zwischen den Generationen befeuern und sind uns auch bewusst, dass Rentnerinnen und Rentner auch oft nicht im Geld schwimmen. Trotzdem wollten wir von den Verantwortlichen wissen, ob sie da nicht ein bisschen eine Schieflage bei der Belastung sehen. Dazu haben wir die beiden verantwortlichen Ministerien, das Arbeitsministerium und das Finanzministerium und zusätzlich noch die Ampelparteien angeschrieben und einmal gefragt, ob das nicht ein bisschen ungerecht ist. Das SPD-geführte Arbeitsministerium von Hubertus Heil hat etwas salty reagiert. Es gäbe keinen Grund, einen Generationenkonflikt herbeizureden. Die Haltelinie im Rentenpaket 2 würde dafür sorgen, dass das Rentenniveau nicht unter 48% falle und dass die Rente auch zukünftig für alle verlässlich bleibe. Die Sache ist aber ja, die Haltelinie, also die Stabilisierung des Rentenniveaus, ist ja nur bis 2039 festgesetzt. Wer von euch geht dann schon in 15 Jahren in Rente? Eine Verlässlichkeit für alle, die heute arbeiten, sehe ich durch die Linie nicht. Wohl aber deutlich höhere Beiträge für alle. Die sind garantiert. Das Ministerium rechnet uns vor, eine 49-jährige sächsische Krankenschwester mit einem Bruttolohn von 3.100 Euro würde, wenn das Rentenniveau nicht stabilisiert werden würde, nach 45 Beitragsjahren 1.100 Euro weniger Rente pro Jahr bekommen. Ja okay, dann rechnen wir das mal gegen. Sagen wir, ein 25-Jähriger, der das Gleiche verdient, zahlt bei einem Beitragssatz von 22,3% dann zusätzlich über 688 Euro mehr im Jahr als jetzt schon. Plus dann kommt nochmal der gleiche Anteil vom Arbeitgeber obendrauf. Wenn er 40 ist, läuft die Stabilisierung des Rentenniveaus aus. Was das für ihn bedeutet, wenn er dann 25 plus Jahre später in Rente geht, weiß keiner. Das ist dann okay? Ein weiteres Argument des Ministeriums, wer ein sinkendes Rentenniveau hinnehme, der müsse auch sagen können, wie das kompensiert werden solle. Rentennahe Jahrgänge hätten zum Beispiel gar keine Möglichkeit dazu. Wir könnten jetzt hier lange darüber reden, dass die Generation, die jetzt bald in Rente gehen wird, es deutlich einfacher hatte, sich Immobilien zuzulegen oder irgendwie ein Vermögen aufzubauen. Früher war es total normal, dass man sich irgendwann mal ein Haus mit Grundstück kauft. Jetzt ist das für die meisten absolut nicht mehr realistisch. Aber die Aussage hat für mich eher so einen Geschmack von, ja, ihr könnt im Zweifel ja mehr arbeiten gehen. Die SPD haben wir dann nochmal extra angefragt, weil sie auf ihrer Website explizit geschrieben hat, dass wir heute dafür verantwortlich sind, dass auch in Zukunft das Rentensystem funktioniert und Generationengerechtigkeit herrscht. Aber was bedeutet dann Generationengerechtigkeit für die SPD? Laut einer Pressesprecherin bedeutet das, dass auch diejenigen, die jetzt ins Erwerbsleben kommen, sich langfristig auf eine sichere und auskömmliche gesetzliche Rente verlassen können. Übersetzt heißt das also, ein hohes Rentenniveau geht vor niedrigen Beitragssätzen. Als Helmut Kohl Bundeskanzler gewesen sei, hätte der Beitragssatz bei über 20% gelegen. Heute liege er bei 18,6%. Gut, als Helmut Kohl Bundeskanzler wurde, waren wir noch nicht geboren und das Rentenniveau lag auch noch bei über 57%. Das könnte man auch dazu sagen. Also ganz ehrlich, was ist das für ein Vergleich? Dass die kommenden Erhöhungen der Beiträge gerade ein Problem für junge Menschen darstellen könnten, erwähnt die SPD in ihrer E-Mail nicht. Das heißt nur, die jetzigen und kommenden Beitragszahlenden könnten sich darauf verlassen, dass sie nicht überfordert werden. Erklärt jetzt für mich nicht, wieso man junge Menschen durch diese Reform überproportional belastet, anstelle die Lasten auf mehrere Schultern zu verteilen. Ein Erklärungsversuch, wenn man sich mal anschaut, wer die SPD wählt, zum Beispiel bei der Bundestagswahl 2021, dann sieht man, dass vor allem ältere Menschen dort ihr Kreuz gesetzt haben. Rentnerinnen und Rentner sind das Hauptklientel der SPD. Aber was ist mit der FDP? Bei der gilt das Gegenteil. Bei der Bundestagswahl 2021 hat sie bei den Jüngsten am stärksten und bei den Rentnerinnen und Rentnern am schwächsten abgeschnitten. Und immer wenn es in den letzten Jahren Rentenreform gab, hat sie laut gemeckert, unfair für die jungen Generationen. Warum bleibt sie jetzt ausgerechnet so still? Wir haben sowohl bei der FDP als auch beim von ihr geführten Finanzministerium angefragt, wie generationengerecht sie die Lösung finden. Und ich sag mal so, das klingt deutlich weniger euphorisch als noch bei der SPD. Das Finanzministerium pocht beim Thema Generationengerechtigkeit vor allem auf die Aktienrente. Mit dem Generationenkapital werde ein Beitrag geleistet, um die Finanzierung der gesetzlichen Rente nachhaltiger zu gestalten. Denn mit kapitalgedeckten Elementen werde diese unabhängiger vom demografischen Wandel und so zukunftsfester und generationengerechter. Wir haben auch die FDP nochmal direkt angefragt und ich sag mal so, die Antwort klingt noch deutlich weniger happy mit dem Entwurf fürs aktuelle Rentenpaket. Für die FDP könnte das Rentenpaket 2 nur ein Zwischenschritt sein. Für die Zukunft bräuchte es ein weites Spektrum an Maßnahmen. Das Generationenkapital sei eine davon und würde in Zukunft als zweites Standbein für die gesetzliche Rente parat stehen. Es bräuchte aber unter anderem auch mehr Fachkräfteeinwanderung, mehr Fachkräfteeinwanderung, mehr Anreize freiwillig länger zu arbeiten und generell mehr Flexibilität beim Renteneintritt. Und die private Altersvorsorge müsse gestärkt werden. Naja, da denke ich mir, es wird ein bisschen schwierig, privat vorzusorgen, wenn gleichzeitig die Rentenbeiträge in die Höhe schießen, oder? Und am Strich klingt das für mich persönlich so, als ob Christian Linden als FDP-Bundesfinanzminister jetzt die lang von der FDP geforderte Aktienrente bekommt und dafür bei anderen Punkten den Mund hält. So interpretiere ich das zumindest. So ein bisschen Widerstand regt sich aktuell aber doch in der Partei. Der Vorsitzende der jungen Gruppe der FDP, Sozialpolitiker Jens Teutrine, sieht bei den Rentenbeiträgen noch Korrekturbedarf. Auch Johannes Vogel, der stellvertretende Bundesvorsitzende der FDP, sagt, das Rentenpaket erfülle seiner Einschätzung nach noch nicht die Anforderung des Koalitionsvertrags. Es müsse generationengerecht abgesichert sein. Eine Ampelpartei fehlt noch und auch wenn die Grünen keins der direkt verantwortlichen Ministerien besitzen, wollten wir bei einem so wichtigen Thema auch ihre Meinung wissen. Immerhin werden sie von verdammt vielen jungen Menschen gewählt. Und die Grünen meinen zu dem Thema, die Menschen in diesem Land müssten sich auf stabile Renten verlassen können. Das gelte auch für alle zukünftigen Generationen. Es sei eine Frage des Respekts, dass man das Rentenniveau bei 48 Prozent festschreibt. Die durchschnittliche Rente betrage heute schon nur etwa 1550 Euro. Bei Frauen sei sie noch deutlich niedriger. Deswegen wären Kürzungen beim Rentenniveau schlicht nicht zumutbar. Steigende Beiträge dürften aber auch keine Allheilmittel der Rentenpolitik sein. Die Rente solle angesichts des demografischen Wandels langfristig generationengerecht und stabil gestaltet werden. Gerechter ginge das, wenn mehr Menschen in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen würden, wie zum Beispiel Politikerinnen und Politiker und Selbstständige. Die Grünen würden sich außerdem dafür einsetzen, mehr Frauen die Vollbeschäftigung zu ermöglichen. Der Entwurf für das Rentenpaket 2 muss jetzt noch durch den Bundestag. Und ich bin gespannt, ob es da nicht vielleicht doch einen Aufstand der Jungen geben könnte. Fazit. Zum Generationenvertrag gehört auch, dass man die Jungen nicht zu stark belastet. Und diesen Teil des Vertrags, den nimmt die Regierung meiner Meinung nach nicht ernst. Wieso wurde nicht früher eine Lösung gefunden, in der alle einen Teil zur Finanzierungslücke beitragen? Und wieso wird so vehement am starren Renteneintrittsalter mit 67 festgehalten? Laut Fachleuten könnte ein Anheben der Altersgrenze oder die allgemeine Abschaffung der Rente mit 63 den Anstieg des Beitragssatzes deutlich dämpft. Bisher hat man das Gefühl, dass immer nur Konzepte erarbeitet werden, die Löcher notdürftig stopfen. Es ist ein bisschen so, wie ein kaputtes Autofenster mit einer Folie abzukleben. Wird eventuell die nächste Zeit halten, aber spätestens im Winter merkt man, irgendwas muss man da halt doch noch machen. Was aber bei dieser nachhaltigen Lösung nicht sein kann, ist, dass alle Belastung auf einen Teil der Beitragszahler geschoben wird. Nochmal, wir wollen keinen Generationskonflikt. Im Gegenteil, wir wollen, dass Lasten in einer Gesellschaft fair verteilt werden. Und das ist meiner Meinung nach bei der geplanten Regelung nicht der Fall. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass junge Menschen, wenn es hart auf hart kommt, am Ende irgendwie immer den Kürzeren ziehen. Deswegen ist es aber umso wichtiger, dass wir eine starke Debatte haben und dass junge Menschen etwas dazu sagen. Und vergesst nicht, egal bei welchem Thema, ihr könnt immer euren Abgeordneten schreiben und eure Sicht mitteilen. Denn am Ende gilt, nur wer präsent ist in der Politik, wird gehört. Immer die beste Rendite gibt euch unser Abo-Button hier klicken und kein Video mehr verpassen. Hier erfahrt ihr, warum auf TikTok eine Linke gerade alles aufmischt. Und falls ihr mehr von Finanzfluss sehen wollt oder einmal in die Finanzwelt abtauchen wollt, verlinken wir euch hier ihr neuestes Video.